Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallgeist. Mit dabei sind diesmal Türen und Ralle. Hallo. So. Okay. Meide die falschen Ralles und... Und laufe durch die richtigen Türen? Was? Weil du gesagt hast, mit dabei sind Türen und Ralle. Ich weiß. Da war es so schlecht, einfach gerade. Ach, du bist hinter mir, okay. Ja. Okay, weil vorne, die zweite Tür von links ist es. Leute, die zweite Tür von links. Da, guck mal. Da, siehst du? Das ist halt echt. So, die sind ganz links. Ganz links, da, wo die Taube ist. Okay, vielleicht nicht. Vielleicht ist es auch die zweite gewesen. Ich bin relativ weit hin. Das ist eigentlich ganz okay. So, ganz links. Ja, ganz links. Ha. Da sind wir jetzt gut durchgekommen. Und jetzt haben wir gleich wieder ein Problem. Scheiße. Nein, nein, nein. Nicht alle auf mich folgen. Sonst wird nicht schlecht. Auch bin ich gut dabei. Ey, als ob der... Der findet immer die richtige Tür da vorne. Der hat einfach Lack, ey. Der wird ein Lotus spülen. Oh, ich bin... Ich bin unten. Super weit vorne. Ja. Ich bin hinter dir. Cool. Und ich halte ihn fest. War ja eine ganze Zeit nubel noch, ne? Klar. So. Tschüss. Tschüss. Wie er eine noch hinten wegkippt. So. Ich bin immer süß, wie die winken. Tschüss. Ding, 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 ding. Okay. Oh. Oh. Na gucken, ob du heute schon wieder Hexe bist. Hm. War ich auch noch nie gewesen. Ja, aber ich weiß nicht, ob Iggen Gam auch. Oh, 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 oh. Da musst du die Leute verzaubern. Dann geht das. Du musst einfach ganz viele Leute verzaubern. So. Ich bin halt echt die Hexe. Ernsthaft? Neu. Ja. Okay, ich bin unten. Ist hier schon zum... Oha. Ich bin hier beim Kopf. Du bist schon zum dritten Mal, ne? Oh, ich muss los. Nein! Ich hab halt noch keinen, ne? Ach, warte. Ne, die auch noch nicht. Jetzt hab ich einen. Sehr gut. Halt mich nicht fest. Ja, hau ab. Noch einen. Und noch einen. Sehr gut. Weil wir halten uns grad momentan echt gut. Und noch einen. Sehr gut. Oh, oh. Vier Stück hab ich schon. Da muss ich... Aber der Anfang war, hat wieder zu lang gedauert eigentlich. Da! Sehr gut. Fünf. Ne, 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 ne. Scheiße. Nicht richtig. Sechs. Da ist noch einer. Ach. Oh Gott, Gleichstand. Ernsthaft? Wo ist er hin? Ja. Okay. Gab's der Errungenschaft für wahrscheinlich, wenn du die Hexe bist, dann zu gewinnen oder so? Keine Ahnung. Loobroller. Blockparty. Ah, okay. Ja, wieder auch alleine auf dem Bild rumrinde. Komplett realistisch. Hm. Mario Kart 8. Und dann kommt er sowieso dann wieder mit den Waben. Ist sowieso wieder drin. Ach nee, komm. Hallo. Ja, wieder die Taube. Naja. Ich sag mal nix. Sag mal. Kennst du aufhören? Die Taube will einfach nur mir am Brot knabbern. Hört der auf. Sag mal. Was ist falsch mit der Taube? Such dir einen anderen. Such dir ein anderes Opfer. Nimm den Burger davon. Soll den Burger davon nimm. Der dunkle. Der ist viel schlimmer. Ja. Ja, das ist ein so ein so ein so ein. Ach, der mit der goldenen Hose? So ein mit einer hohenen Hose. Ja, oder goldene Hose. Genau. Der hält jetzt den. Und da steht einer oben drauf. Die Stimme drauf. Geil ist das denn? Hä? Hat er sich da hochgezogen? Ja, wahrscheinlich wird er irgendwie da hochgebackt oder so. Der ist ja geil. Hier komm ich nicht hin. Na sicher. Der Cheater. Ja, wahrscheinlich wird er irgendwie da hochgebackt oder so. Kann man auch machen. Oder der ist auf den Block geklettert und von dem Block dann da hoch. Ja sicher. Kann sein. Ja, das sollten sie dann vielleicht auch nochmal fixen. Wobei er verdient hat, finde ich so. Oh nein, 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 nein. Steh ein! Nein! Bist du raus? Ja, ich bin unten. Weil die Füße wieder eingeklemmt waren. Ich auch Füße eingeklemmt! Echt? Ja. Nooil. Meine Füße hat auch eingeklemmt. Wie der auch kackendreißig doch wieder rumsteht. Ja, macht sein Emotes, wie geil. Na sicher, dafür kannst du die Emotes mal posten. Das will ich auch nicht sehen, der gewinnt. Kann er keinen Sennetziger. Weil er hört die Musik jetzt viel besser immer, wenn man tot ist. Ja. Stimmt, ja. Den, 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 den. Den, 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 den. Wie der da oben ist noch Danst? Vielleicht scheitert er aber raus? Ne, jetzt ist er sogar noch, er ist sogar noch runtergesprungen, wahrscheinlich weil er Angst hatte. Ja. Ach so. Schweinerei. So, ab ins Menü. So. Weg weiter. So. Wow. Wieder keine Animationen. Sehr gut. Bei dem links sind ja nicht mehr so kaputt, hier ist man. Ja. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Ne, dort nü. So, 0 von 1 qualifizieren. Okay. Wird Hühnchen gucken. Wird Hühnchen gucken. Weg da. Ja. Ja, mit dem Weg rum. Ach, der ist schon da. Boim, boim. Töten. Nein, nein, nein. Du, 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 du. Oh, rüber. So, danke. Woop. 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 Lass mich aufstehen. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ja, haha. Schubst dir den Peck in meinen Kopf. Du, 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 du. Aua. Ja, klar. Ich hab den ganzen Sinn verschüttet. Bist du schon durch? Ja. So, dem Trainer. Oh, der Trainer ist nicht mehr mit reingekommen. Oh. Der Trainer steht vor der Tür. Ja. Kann nur noch abpfeifen. Ist halt echt so. Na ja, von da unten irgendwo. Tschüss. Okay, man hört den nicht mehr. Der ist weg. Die Kamera suchen. Ding, 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 ding. So, jetzt kommt wieder Hexenwerk. Hm. Hm. Keine Ahnung. Ne Zehenspitzen. Moment. Bei 40? Zehenspitzen? Weiß ich. Ich weiß ja. Ich hab nicht drauf geachtet, wie viele wir sind. Team abschweifen. Okay, das geht. Da renne ich einfach immer rund im Kreis. De, 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 de. Das ärgert mich immer noch, dass ich dieses eine Finalspiel mit dem Schweif nicht gewonnen hab. Das war so knapp, ey. Boah, hab ich dir erzählt gehabt? Grün. Ich war noch nie grün. Ich wusste gar nicht, der Grün gibt. Ich wusste gar nicht, der Grün gibt. Boah. Ich hatte letztens nicht das Team abschweifding, sondern das normale. Und ich so komplett sicher. So fünf Sekunden, vier Sekunden. Ich bin am Rennen. So, ja, springst du noch da hoch, ist kein Arsch in der Nähe. Hab ich das Ding jetzt? Okay. Ey. Nein. Da war keiner in der Nähe gewesen. Bei null Sekunden. Der Timer war bei null. Da kommt einer an und klappt mit dem Ding und der ist weiter und ich bin raus. Boah, das war... Alter, willst du mich grad verraschen? So. Ja. Das ist richtig fies gewesen. Ey, bleib hier. Der kam gerade von mir da oben runter. Du, du, du... Alter, wie der rote sich in den Kursenkopf gemacht hat. Ne, da oben stehen wieder so viele, ey. Hallo, 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 hallo! Sag mal, wieso klauen die mich aus? Komm mit den gelben! Komm mit den gelben! Komm mit den gelben! Da stehen zwei blaue einfach in der Ecke. Der war afkar. Oh. Nein! Und alle sind wieder zurückgeklaut. Tschüss. Ey, ein grüner hat mir meinen Schweif geklaut. Idiot. Passiert aber, wenn du manchmal einfach nur so drückst... Ne. Oh. Ja, doch, passiert wirklich. Ich wollte gerade jemand anderen klauen. Komm mit den grüneren, dann klauen den wieder. Ja, stimmt, aber wir waren einsam und allein auf weiter Flur. Ach so. Okay. Also. So. Ich drehe meine Kreise. Ich drehe meine Kreise. Au! Kreise, Kreise, Kreise. Oh, du bist vor mir! Ja, du bist ab... Du bist abgeschweift! Ich bin abgeschweift! Gib dir den Schwanz her! Ey, komm, den hab ich doch gehabt, ey. Alter. Oh, und wir verlieren. Nee, ne? Nee, 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 nee. Jaaaa, das gibt's nicht. Psss. Okay. Psss. Tschüss! Dein grüner Burger-Ding sieht auch doof aus. Weg da selber, ne? So. Weg weiter. Also habt ihr so'n schräges oder wat? Genau. Und da stolz ich halt die ganze Wehr mit runter und... Ja. so ich bin schon ich bin geworden der hat steuert mich links runter ja klar ist ja kein problem oder bin ich gut sehr gut jetzt kann ich den sprung ihnen auch mit dem hächten vierte sehr gut irgendwo zwischen 15 sehr gut wie alle winken da ist ein cooler pirat dabei sieht anders aus als sonst ich weiß nicht wie die farben keine ahnung jetzt kommt der schleimkraxler jetzt kommt hier die hatten wir schon lang das wäre super da wäre ja mal cool ja ja oder ja wege die zwischen rotierenden rügen um nicht in den schweim zu fallen okay na klar sind direkt zwei tauben wieder bei mir und nun Oh ne, ne! Der hat mich runtergeschubst! Der hat mich festgehalten und geschoben, bis ich raus war und ich konnte nix dagegen machen. Warte, was denn? Alter, ich hör mal grad auf! Boah! Ist der, oh! Warst du ein Taube? Ne, so ein komischer gelber Baseballspieler, glaub ich, oder so. Ach, der Trainer. Boah! Jetzt, ohne Scheiß, jetzt bin ich auch richtig angepisst. Der hat mich wirklich, der hat mich einfach gehalten und geschoben, geschoben, geschoben. Ich konnte nix machen, gar nix. Und der hat's aber geschafft. Ich weiß nicht, ob der mit abgestürzt ist am Ende. Konnte ich leider nicht sehen, aber seh ich ihn noch irgendwo? Ne, Taube! Boah ey! Jaaa! Och, echt! Ich halt hier nie irgendwen fest! Da, da ist noch ein Bestbestimm, ich weiß nicht, ob der da war. Taua! Tau, rüber! Ne, hier macht er aber auch nix. Boah! 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 Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich dieses Spiel tatsächlich mal so sauer machen kann, ey! Ja, ja, ja. Boah! Da, 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 da! Da, da, da! Da, da, da! Da, da, da! Oh! Oh! Ja, ich winke euch! Tschüss! Warte, ich muss mal gucken, wo du nochmal warst! Äh... Ja, ich glaube, er ist mit runtergefallen. Sehen zumindest, ja. Oh, das war doch der andere Baseball. Also, ein Trainer ist doch noch bei. Ja! Ding, ding, ding! Er sah ein bisschen mehr gelb aus, deswegen... Achso! Weiß ich aber nicht genau. Na klar! Na klar! Boah! Aber das war echt... Der hat geschoben. Ich denke, hallo? Warum? Hört halt nicht auf. Warte. Dann musst du einfach versuchen gegenzuspringen oder so. Zehn kommen durch. Ich bin jetzt... Wehen der aus dem... Boah! Ich bin jetzt für Fall Guy 1841. Was soll ich jetzt schaffen? Der hat den Platz gleich an. 1841. Hallo, nicht... Ja, 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 so. Dann gehen alle vor City weiter. Nee, 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 nee. Das ist doch nicht der Baseball-Spieler, der noch dabei ist. Der hat so Geld. Ja, den heil dich gerade. Hallo, hallo. Hi, hi! Wir haben zu los, bis das alles fängt. Der hat nämlich dahin gefutscht, der war... Der scheiß Tino. Oh! Okay. Boah, das war knapp. Meiner ist noch mit dabei. Aber ich glaube, der Baseball-Spieler ist auch dabei, oder? Ja. Boah. Bitte. Gewinn jetzt. Und lass den alten auch sehen. Ja, jetzt... Dafür müsste der Kraxler jetzt kommen. Alles andere ist jetzt dann doof. Ey, das ist das Finale schon. Ja, ja. Das Schweif-Ding kommt jetzt nicht. Ach so. Ich denke immer, du meinst den Schleim-Kraxler. Ja, ich habe keine Ahnung. Der ist auch da hochkraxeln. Ball? Ach, jetzt kommt erstmal noch Ball. Oh! Echt? Ich dachte, wir sind schon im Finale. Habe ich auch gedacht. Boah, wenn ihr jetzt gewinnt, dann sind das aber wenig im Finale. Dann hat man eine Chance. Ja, 5. Ja, und bei 5 kommt dann der komische Abschweif-Gedüns. Ja, ja. Ach nee. Natürlich habe ich schon gar kein Buch zu gewinnen. Hä? Warte, stopp. Warte, beide sind in die falsche Richtung. Meine in die falsche Richtung. Wir müssen mal gewinnen. Der andere, den ich cool finde, ist auch bei dir im Team. Ach so, ja dann. Hallo, ich sehe nichts. Ist der Baseball-Spieler bei euch im Team? Nee, ich glaube der ist im... Nee, der ist im Gegner-Team. Also bitte. So, tschüss. Sehr gut. Kommt der dabei? Bitte. Du kannst das nicht gut. Nee, kann ich überhaupt nicht. Ich darf den halten nicht. Jetzt habe ich den mal getroffen. Aber... Ja, hat nur nicht so viel gebraucht. Komm her, Dino. Ich halte dich fest. Komm her. Komm her. Komm, komm kurz schnell. Nee, 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 nee. Mach keinen Scheiß. Wir werden hinten aufhalten. Schön. Oh, schön, 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 schön. Wann redest du? Von schön. Das war ein Eigentor. Nee, das ist der Ball. Ach so, den habe ich nicht geachtet. Keine Ahnung. Ach so. Nein, nein, nein. Pff. Oh, der war noch nicht drin, lol. Okay, dafür der andere. Jetzt musst du doch mal was machen hier. Ja, ich halte Dino fest. Dino. Alter. Ja, jetzt. Jetzt aber. Komm. Nein, nein. Aber geh da hin, nie rein. Ich halte den Trainer fest. Komm her. Ja, der war gut. Der war richtig schön. Oh, schön. Aber ich bin von der Mitte. Wow, 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 wow. Nee, was? Warte, stopp, 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 stopp. Hier sind zu viele blaue. Hier sind zu viele. Hallo, hallo. Alter. Oh, doppelt, aber. Oh, das ist so ganz schön. Äh. Nein. Jetzt. Von der Mitte. Ja, jetzt mal hinlaufen. Da hinlaufen. Da hinlaufen. Ja, jetzt. So. Oh, gut ausgetrickst. Ah, schade. Leider hat der Keeper aufgepasst. Presse. Manuel, bleib hier. Jetzt. Jetzt aber. Ja, schubs ihn rein. Ja, komm. Gut. Acht Sekunden. So. Komm, kuschel. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Umarmung. Schön. So. Seid ihr beide noch drin? Jetzt weiß ich nicht, für wen ich bin, ey. Wow. Mindestens der bobe Baseballspieler raus, der mich festgehalten hat. Äh, geschoben hat. Ja, stimmt. So, jetzt kommt der komische Abschweifmobel. Bitte, bitte hochlaufen. Komm, hochlaufen. Bei fünf geht's. Fünf müsste gut sein. Hochlaufen. Komm schon. Ja, muss nur besser sein als die anderen Gang. Ja. Oh Gott. Ja, schade. Wieder keine Krone für mich. Hm, doof. Denk dran eine Minute chillen und dann am Ende erst. Abschrecken. Ja, klar. Du hast doch ja den Schweif. Ich hab den. Hä, wieso schwebe ich? Wie schwebe ich? Ach, keine Ahnung. Das heißt schweifen und nicht schweben. Ach so. Bin ich da. Die finden die echt nicht. Doch. Doch, finden sie. Ah, da kommt der, wo ich aufwildert. Der gewinnt. Was? Wenn du nicht gewinnst, soll der gewinnen. Ne. Oh. Oh, oh, oh. Alter. Du scheiß Huhn. Ja, das Hünchen. Ne. Das hat eine Baseballhose an. Mag ich nicht. Dino. Dino. Jetzt links rum. Weg abschneiden. Gut. Ah, der geht in die Mitte. Hörger, ne? Das hier nicht mehr. Da gehört schon wieder hin. Da ist noch drin. Ah, der hat ihn jetzt. Ja, der lauf. Wer, wer, wer? Der dahin geht's. Ja. Ja. Eier. Ich hier wieder. Ich mag das nicht, komm mal runter, du fällst hier runter, du fällst hier irgendwo runter, natürlich fällst du hier irgendwo runter. Leider nicht. Leider, nein, leider gar nicht. Bleib hier. Danke. Ja, wir haben ihn auch. Was? Habe ich den? Wer noch rum, der hätte in 3 Minuten liegen. Halt doch noch. Wo ist der? Hühnchen. Jetzt wird langsam kritisch. Wer, wer, der Grüne. Halt mich doch nicht fest, der Grüne hat's. 1 Sekunden. Der fällt runter. Ja, ich auch. Ah, hat nur bald. Jetzt kannst du ihm entgegenkommen. Sehr gut. Sehr gut. Nein, 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 der hat nämlich einen Schwung. Alter, nicht mich. 15, 14. Petan, der muss hier rumkommen. Ja, er ist die einzige Chance, die du hast. Wo ist der? Wer, der Thun? Ja, los, schnell. Springen und greif einfach. Nein. Ich bin auf den Boden gefallen. Oh, Turf ausgerutscht. Ja, Mann. Soll ich am Boden rumliegen? Du hast gesagt, schmeckst du dich hin auf den Boden und hole. Ja, ich weiß. Oder so ähnlich. Ja, hechte, bleib, aber es war eh. Da habe ich ja noch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen bei dem, bei dem, bei dem Hexagon-Dies. Ja, das ist halt echt so, ne? Naja, so. Vielleicht haben wir bei der nächsten Folge ja ein bisschen mehr Glück. Deswegen gerne wieder einschalten, liken und bis zum nächsten Mal zur Folge. Tschüss. Tschüss. Ja, ich rede Baby. Tschüss. amı便ungs. Bis zum nächsten Mal.